Biden erklärt Verzicht auf Kandidaturbegründung im Video, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ich stehe heute vor Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass ich meinen Rückzug von der Präsidentschaftskandidatur bekannt gegeben habe. Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, aber ich glaube fest daran, dass die Verteidigung unserer Demokratie wichtiger ist als jeder Titel oder jede politische Position. In den letzten Monaten habe ich gesehen, wie unser Land zunehmend gespalten wurde. Die Politik der Spaltung und Angstmacherei, die von meinem Gegner betrieben wird, ist gefährlich für unsere Nation. Es ist an der Zeit, dass wir uns vereinen und für die Werte und Ideale kämpfen, die dieses Land groß gemacht haben. Als langjähriger Politiker habe ich viele Höhen und Tiefen erlebt, aber ich habe immer mit Leidenschaft für das Wohl unseres Landes gekämpft. Auch wenn ich nicht als Präsident kandidiere, werde ich weiterhin meinen Beitrag leisten, um unsere Demokratie zu stärken und für eine bessere Zukunft für alle Amerikanerinnen und Amerikaner zu kämpfen. Ich möchte mich bei all denen bedanken, die mich in meiner politischen Karriere unterstützt haben, und ich bitte Sie alle, sich weiterhin für ein geeintes und starkes Amerika einzusetzen. Lassen Sie uns gemeinsam für eine bessere Zukunft kämpfen. Vielen Dank und möge Gott unser Land segnen. Joe Biden Untertitelung des ZDF, 2020